BlackRock-Chef Larry Fink hat sich jüngst darüber geäußert, dass er bei vielen Marktteilnehmern einen großen Fehler erkennt, denn viel schätzen die Märkte derzeit falsch ein. Was das für uns bedeutet, kläre ich jetzt auf. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Video und heute möchte ich mit euch über Larry Fink, den Chef von BlackRock sprechen. Kennt sicherlich der eine oder andere und einige von euch werden wahrscheinlich auch ETFs der BlackRock-Tochter iShares im Depot haben. Ich für meinen Teil kann ich euch auch gleich offen sagen, bin Aktionär von BlackRock, verfolge aber natürlich auch die Aussagen des Chefs von BlackRock, also Larry Fink ganz gerne. Denn jemand, der gut 10 Billionen Dollar, also das ist so das Zweieinhalbfache der deutschen Wirtschaftsleistung pro Jahr, wer so viel Geld verwaltet, dem sollte man durchaus Gehör schenken. Und das tun wir hier denn aus der Einblendung. Stammt von Bloomberg und zeigt mal die Überschrift BlackRock's Fink, says Market is wrong und Fett rate cut bets. Das heißt, BlackRock-Chef Larry Fink sagt, der Markt liegt derzeit falsch, was die Zinssenkungen der Fett angeht. Warum ist er da so, sagen wir mal, negativ eingestellt gegenüber der Marktmeinung? Er ist deswegen negativ eingestellt, weil er sagt, die Märkte preisen aktuell viel zu viele Zinssenkungen ein, die in Anbetracht der Wirtschaftslage, also so gut wie die amerikanische Wirtschaft momentan läuft, gar keinen Sinn machen. Da werde ich euch gleich noch ein paar Grafiken zeigen, aber das ist ja genau auch die Ecke, in der ich auch bin, denn ich hatte euch vor kurzem mal ein Video hier gepostet. Blende ich euch mal ein, Link unten drunter. Überschrift, gefährlicher Fehler der Fett, was das für uns bedeutet. Damals habe ich die Zinssenkung der amerikanischen Notenbank analysiert und habe auch gesagt, haben mir auch ein paar vorgeworfen, dass ich mich jetzt allein als Sebastian Hell hinstelle und die Fett kritisiere. Naja, klar, das tue ich, denn der doppelte Zinsschritt, also wir haben damals bei der Einleitung des Zinssenkungszyklus durch die Fett nicht einen einfachen Zinsschritt gesehen von 25 Basispunkten oder 0,25 Prozentpunkten, sondern von 50 Basispunkten oder 0,5 Prozentpunkten. Und das ist in meinen Augen und war auch in der Historie immer die Reaktion auf eine Krise. Aber von einer Krise sind, wenn man sich die amerikanische Wirtschaft mal anschaut, weit derzeit entfernt. Und das hielt ich für übertrieben vor ein paar Wochen. Das halte ich nach wie vor für übertrieben. Und Larry Fink kommt jetzt mit ähnlichen Thesen, die ich euch in diesem Video natürlich darlegen werde. Im Übrigen, wenn ihr solche Videos wollt wie dieses oder auch das letzte, ihr wisst, was ihr zu tun habt, aufs Glöckchen drücken, Abo dalassen und dann werdet ihr natürlich informiert, wenn wieder ein neues Video online geht. Und online gehen, das ist wichtig, weil wir natürlich in Zukunft einiges über die Märkte zu sprechen haben werden. Denn die Zinsen, der Fett und auch die wirtschaftliche Entwicklung wird einiges noch an den Märkten beeinflussen und auch durchaus für Korrekturen und Volatilität sorgen. Das werde ich am Ende des Videos noch aufklären. Aber ich kann euch versprechen, dass ich natürlich euch auf diesem Weg begleite und immer sagen werde, wie ich in der jeweiligen Phase mein Geld anlege. Deswegen nochmal Abo dalassen. Kommen wir jetzt aber mal zum Eigentlichen, was Larry Fink momentan umtreibt und was er kritisiert. Noch eine Einblendung. Stammt von Wellenreiter. Und ihr seht hier mal die Leitzinserwartungen an den Verlauf der Zinsen in den USA. Und ihr seht, aktuell sind wir bei einem Zinsniveau, das seht ihr links in blau, 4,75 bis 5 Prozent. Dann seht ihr oben eine Wahrscheinlichkeit, 95 Prozent und unten ein Datum, 7.11. Das ist die nächste Zinssitzung in den USA, wo sich also das FED-Gremium trifft, um über die Zinsen zu entscheiden. Und ihr seht, eine Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent ist eingepreist, dass es einen Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten geben wird. Im Übrigen vor ein, zwei Wochen war da sogar noch ein doppelter Zinsschritt eingepreist. Also die Märkte waren so positiv gestimmt und so euphorisch, dass sie gesagt haben, naja, bei der nächsten Zinssenkung, da werden wir wieder 50 Basispunkte oder 0,5 Prozentpunkte sehen. Also das wurde dem Markt mittlerweile durch die auch positiven Arbeitsmarktdaten von letzter Woche Freitag ausgetrieben. Aber warten wir mal ab, vielleicht ist es auch in der Woche wieder eingepreist. Also ihr seht schon, wir sind nicht in einer Krise und die Märkte erwarten unglaubliche Zinsschritte nach unten seitens der amerikanischen Notenbank. Ihr seht aber, wenn ihr euch die Grafik weiter anschaut, dass es dann mit weiteren Zinssenkungsschritten immer weiter geht, auch bis Ende des nächsten Jahres wird so, oder sagen wir mal bis Mitte des nächsten Jahres, dass so ein Zinsniveau von 3,5 Prozent erwartet, also 1,5 Prozentpunkte vom aktuellen Niveau oder sechs Einfachheitszinsschritte sind da aktuell eingepreist. Und ich wiederhole mich gerne nochmal, wir haben keine Krise im Moment, wir haben sogar eine Wirtschaft, die sehr, sehr stark wächst in den USA. Und das kann ich euch auch belegen anhand des Echtzeit-BIP-Indikators der FED von Atlanta. Noch eine Einblendung. Zeigt euch, vor allem diejenigen, die schon länger dabei sind im Kanal, die kennen die Grafik. Das zeigt euch mal in grün, so die Echtzeitprognose dieses Modells für das BIP-Wachstum der USA im dritten Quartal. Aktuell eingepreist 2,5 Prozent. Ihr seht auch, diese grüne Linie ist etwas volatil, weil hier alle aktuell verfügbaren Wirtschaftsdaten für die USA einfließen. Dann wird in diesem Modell gerechnet und dann wird eine Echtzeitprognose abgegeben, die weit vor oder weit früher veröffentlicht wird, bevor die amerikanische Statistikbehörde so sechs bis acht Wochen nach Ende des Quartals die offizielle Zahl verlautbart. Und ihr seht in blau, so diese blau gefärbte Linie oder Fläche, das ist so die Analystenschätzung. Ganz oben sind die optimistischsten Analysten, ganz unten die pessimistischsten. Und die dicke blaue Linie, die zeigt so den mittleren Konsens. Ihr seht aber so, die aktuelle Schätzung dieses Echtzeitmodells in grün liegt am oberen Ende der Analystenschätzungen und auch deutlich oberhalb des Durchschnitts. Also viele sind gar nicht so positiv gestimmt, obwohl die Echtzeitmodelle zeigen, dass die amerikanische Wirtschaft sehr, sehr gut läuft. Und ich habe es gerade noch gesagt, die Arbeitsmarktdaten von letzter Woche Freitag, fast doppelt so viele neu geschaffene Stellen wie überhaupt erwartet, zeigt, dass die amerikanische Wirtschaft richtig gut läuft. Es gibt Probleme, ja, das muss man so einsehen, aber es gibt viele Bereiche, die richtig gut laufen. Und da ist es wirklich interessant, dass trotzdem weitere Zinssenkungen eingepreist werden, vor allem weil Larry Fink sagt, die amerikanische Wirtschaft wird gar kein Landing sehen. Ihr erinnert euch, vor ein paar Wochen, ein paar Monaten war ja immer die Frage, gibt es in den USA ein Hard Landing oder gibt es ein Soft Landing? Hard Landing bedeutet, wir schlittert in eine Rezession rein. Die scheint erstmal abgewendet. Soft Landing bedeutet, die Wirtschaft wächst aber auf einem geringeren Niveau weiter. 0,5 Prozent, 1 Prozent, 1,5 Prozent. Ich meine, die kleine Spitze sei mir erlaubt, verglichen mit Deutschland sind das ja immer noch Traumrenditen. Aber jetzt sieht es so aus, dass es No Landing gibt. Und No Landing heißt, die amerikanische Wirtschaft, auch in den Augen von Larry Fink, wächst mit 2 bis 3 Prozent pro Jahr einfach weiter. Und das ist auch genau das, was dieses Echtzeitprognosemodell der FED von Atlanta aktuell untermauert. Und was auch diese Einschätzung untermauert, sind die Renditen für 10-jährige Staatsanleihen in den USA. Noch eine Einblendung. Stammt von TradingView. Und zeigt euch jetzt mal die Rendite auf die 10-jährigen Staatsanleihen der USA. Und ihr seht, wie die von links unten so finden, von Sommer 2023 von unter 2 Prozent, angestiegen sind, zeitweise Ende 2023 auf 5 Prozent. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass ein Zinserhöhungszyklus damals stattfand. Die FED hat reagiert auf die Inflation. Die Zinsen sind gestiegen. Dann seht ihr, ich habe es für euch mal eingezeichnet, einen Abwärtstrendkanal. Das heißt, die Zinsen sind gefallen. Natürlich auch als Reaktion auf erwartete Zinssenkungen. Aber auch als Reaktion darauf, dass man gesagt hat, die Wirtschaft könnte durchaus in den USA in eine Rezession reinrutschen. Und wenn die wirtschaftlichen Aussichten nicht gut oder negativ sind, dann reagiert das lange Ende des Anleihenmarktes. Das heißt, die 10-jährigen Renditen, die anderen auch. Und dann fallen die auch als Reaktion darauf, dass man sagt, na ja, wenn die Wirtschaft schwächelt, dann wird die Inflation zurückgehen, dann wird weniger Geld nachgefragt, also muss das Zinsniveau nach unten gehen. Was wir jetzt sehen, ich habe es euch mal gefleckt, wie man heutzutage sagt, ihr seht diese kleine rote Flagge. Das soll keine Red Flag sein, keine Warnung, sondern das ist ein Zeichen dafür, ihr seht es, dass die 10-jährige Rendite oder die Zinsen auf 10-jährige Staatsanleihen über 4% gestiegen sind. Und das als Reaktion auf die gute wirtschaftliche Entwicklung in den USA. Das heißt, der Anleihenmarkt am langen Ende prognostiziert gerade eine positive wirtschaftliche Entwicklung für die amerikanische Wirtschaft. Also haben wir neben dem Echtzeitprognosemodell auch den Anleihenmarkt, der positiv gestimmt ist. Denn deswegen sind die Zinsen angestiegen, weil man aufgrund des Wachstums mehr Inflation erwartet. Das muss eingepreist werden als Inflationsrisikoprämie. Und weil man natürlich auch eine erhöhte Geldnachfrage erwartet, weil Unternehmen, die wachsen, mehr Geld benötigen, weil sie ja expandieren wollen, investieren wollen oder was auch immer. Also wir sehen, die Indikatoren, wenn man auf die achtet, zeigen positives Wirtschaftswachstum an. Gleichzeitig sind die Marktteilnehmer allerdings in einem ganz anderen Lager und erwarten immer mehr Zinssenkungen bis ins nächste Jahr hinein. Und da ist eine große Diskrepanz laut Larry Fink, der ich mich anschließe. Und kommen wir jetzt zum Ende mal zu einer kurzen Szenarioanalyse. Was passiert, wenn es so kommt, wie die Marktteilnehmer erwarten? Das heißt, die Zinsen werden deutlich gesenkt bis ins nächste Jahr und die Wirtschaft läuft gleichzeitig gut oder gut weiter. Dann sehe ich eine massive Gefahr einer Überhitzung. Das heißt, wir werden richtig gute Renditen an den Aktienmärkten erst mal sehen. Die Aktien werden befeuert von dem ganzen Geld und dem guten Wirtschaftswachstum zulegen. Aber wir werden dann irgendwann 25 oder 26 sicherlich ein böses Erwachen bekommen, weil die Märkte sind aktuell nicht billig. Verglichen mit den letzten 30 oder 40 Jahren ist es so, dass der Beginn eines Zinssenkungszyklus durch die FED in einem Umfeld erfolgt, wo die Aktienmärkte extrem hoch bewertet sind. Das heißt, weiteres Aufwärtspotenzial ist dadurch ausgeschöpft, wird sicherlich aber sich manifestieren, wenn mehr Geld reingegeben wird, wird dann aber sicherlich auch in der Korrektur münden, die wir halt dann zu dem Nachkauf nutzen. Also erst mal Szenario 1, Aktienmärkte feuern aus allen Rohren, aber dann wird es irgendwann auch den Fall von der Klippe geben und dann natürlich die Märkte werden sich wieder stabilisieren und dann langfristig auch weiter steigen. Also kein Crash-Szenario, aber das ist Szenario 1. Szenario 2 ist, die Märkte haben zu viele Zinssenkungen eingepreist, die FED rudert zurück und sagt, na, so viele Zinssenkungen wird es nicht geben, wird kurzfristig zu einer Enttäuschung führen. Das heißt, wir werden diese Korrektur in den nächsten 1, 2, 3 Monaten bekommen, wahrscheinlich nicht vor der Wahl, da bin ich mir relativ sicher, sondern eher nach der Wahl, also keine Weihnachts-Rallys, sondern ein, ja, da eher ein Kater nach der Party, dass man erkennt, okay, es wird nicht diese monetäre Frankierung geben, also nicht so viel Geld geben, wie erwartet, wird dann eine Korrektur auslöst, vielleicht 10, 15 Prozent, Stabilisierung und dann werden die Märkte wieder weiter steigen. Ich persönlich würde bevorzugen, dass die Märkte jetzt erkennen, die Zinssenkungen sind zu heftig, da ist zu viel eingepreist, wir korrigieren, können gute Aktien erstmal nachkaufen und dann geht es wieder nach oben, als dass wir jetzt eine Mega-Rallye sehen und dann von der Klippe fallen und vielleicht eine 20, 30, 40 Prozent Korrektur bekommen werden. Was kommt, weiß ich nicht, aber momentan ist hier eine große Diskrepanz, zumindest für den Moment, wenn es sich ändern sollte, ändere ich natürlich auch meine Meinung, meine Einstellung werde natürlich hier auf dem Kanal darüber berichten für euch, aber die Wirtschaftsleistung in den USA ist definitiv viel zu gut für das, was der Markt erwartet an Zinssenkungen von der FED. Und damit darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und jetzt feuert ihr aus allen Rohren, haut mal Kommentare raus, seht ihr diese Theorie ähnlich oder seht ihr es ganz anders. Dann verabschiede ich mich von euch, wir sehen uns wieder im nächsten Video.